Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Evolence 2 und wir haben noch einen Job vor uns, den machen wir in dieser Folge. Gut, dann müssen wir jetzt insolente Button schroppen, die war so, genau. Also, glaube ich, zumindest mal so. Vielleicht zu ihr? Ja. Gut. Okay. Okay. Good. I'm going to see you then to go. I'm going to buy everything, what it is to buy. I'm going to buy everything. 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 No, thank you. I'm going to buy everything. I'm going to buy everything. I'm going to buy everything. I'm going to buy anything. nochmal in die Kanalisation kommen. Ich schau nochmal, ob ich mir Waffen kaufen kann. Ich glaube nicht, aber... Mal klappen. Gut. Genau, jetzt können wir nämlich hier... Jetzt ist der Mario auch dabei. Gut. 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 Okay. Die sagen gegen den Norden. Ich mag trotzdem ein bisschen umschauen. Also. Okay, probieren wir es einfach mal. Das ist mir auch zu blöd und dann gießt er hier gar kein Schatz. So. Da ist eine Höhle. Okay. 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 Gut zu wissen. Gut. Da, 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 da. Nur ein bisschen mag ich mich umschauen. Und dann geht es eh nach Norden weiter. Das ist die Seera. Okay. Ha, ein Stern. Passt. Was ist das? Was ist das? Okay. Okay. Okay, da ist sonst eh auch nichts, zumindest sehe ich nichts. Da ist dieser Gepiekspass, wo wir herkommen. Gut. Wir sollen in den Norden gehen. Also gehen wir mal zur Brücke. Okay. Okay. Hmm. Hmm. Ich muss fix jetzt irgendwie da rauf. Okay. 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 So, da ist das auch ein Bard? Mhm, da muss ich einen Bard, genau. gut und auch gespeichert dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns in der nächsten Folge Servus und Baba